Das auch noch. Sie müssen sich übrigens nicht für die Arbeit verkleiden. Wir sind hier nicht in Miami. So, Sie machen jetzt die Fotos, Inspektor. Kümmerlich. Inspektor Kümmerlich. Sind Sie wahnsinnig? Wie ein Einkaufszüttel schaut das nicht aus. As si es la vida. Ich kann kein Chinesisch. So ist das Leben. Es geht ja nicht um mein Leben. Es geht um seinen Tod. Was heißt das? Was? Was heißt das? Was? Was? Das? Ja, was das? Das? Was das? As si es la vida. So ist das Leben. Das ist Spanisch. Aha. Hofer. Er beinhaltet Bereiche wie richtiges Atmen, Konzentrationsübungen, Körperbeherrschung. Glauben Sie wirklich, dass diese Art von Management-Training zu einem Hotel wie dem Schlosshotel passt? Ja, ich denke schon, dass es eine Bereicherung unseres vielfältigen Angebots darstellen wird. Danke. Mein Kollege würde noch gerne einige Fotos von Ihnen machen. Selbstverständlich. Wie viele Text-Messages, Mails oder Reminders do you need? Sorry, darling, but I didn't get a single one. I stay calm, I stay calm, I am calm. You know what? I will unload the car before I'm freaking out. Sweetheart. Sweetheart. Hands off. I'm angry. No, I'm furious. I know, darling. Red alert. No joke. Deadly serious. I see. I see. I see, sweetheart. Everything is all right. Just give me ten seconds. One, two, three, four, five, six. Dinner party is next week. That's a joke, right? No, no, I just checked my calendar and went through the emails. Oh my God. I hate this app. I love you.